Willkommen auf meinem Kanal, ich möchte dir heute hier ein Harvester Baum-Info-Mod vorstellen und es geht natürlich auch gleich los. Bis zum nächsten Mal. So, da sind wir jetzt hier, da habe ich hier unseren Opfer ausgesucht schon, starten wir uns den Harvester. So, dann öffnen wir hier unser Werkzeug, dann können wir hier mit den Tasten Numbit Plus hier den einschalten, wenn wir hier sehen. Und da kannst du hier, sie haben auch deine Beschreibung hier natürlich da, also mit Numbit Minus kannst du hier auch resetten, also dein Multiplayer das löschen dann auch wieder mal. Habe ich gelesen, also fahren wir mal hier ran, da habe ich hier noch den Seegespäne-Mod mit drauf getan. Und dann schneiden wir, jetzt tun wir erstmal die Länge auch noch umstellen. Mal schauen, wie viele haben wir jetzt, zwei Meter, ja nehmen wir hier mal vier Meter. Und dann schneiden wir natürlich ab. Dann sind wir hier, haben wir den Baum, 27 Meter, 1,9 Tonnen. 4,3 Kubik haben wir jetzt da stehen. Und schneiden wir jetzt mal hier das ab. Aber ich halte mal das eine mal aus der Stadt ein bisschen, dann sehen wir jetzt hier. Und da sehen wir jetzt, hier habe ich jetzt den runtergeschnitten schon mal, einen dann mit vier Meter haben wir jetzt schon da stehen. Dann kommt jetzt gleich hier der zweite, dann sind wir hier immer eben der Länge so her. Da können wir dann auch natürlich dann, also das Holz natürlich besser wirtschaften. Und dann sehen wir auch jetzt, wie viele Stücke wir haben, schon mal abgeschnitten. Also auf die Länge, das finde ich ja ganz toll. So, dann fahren wir jetzt mal so her. Suchen wir uns gleich den nächsten Opfer aus. So ran. Das ist ja ganz, finde ich ganz praktisch, weil das ja so her, muss man schauen, das muss man so ran. Dann sehen wir jetzt die ganze Sache mit der Entfernung, also der ist jetzt dafür von, so schauen, so ran gehen. Na, jetzt muss man so her. Das ist ja immer nicht so ganz so einfach, muss ich mal so. Aber ich finde diesen Mod, der ist auch echt cool. Das macht also dann in die Holzarbeit schon mal viel mehr Spaß. Schauen wir jetzt, ob wir jetzt ein bisschen weiter reinkommen. Schauen wir, ja jetzt haben wir den Baum schon mal hier abgeschnippelt. Also 24,1 Meter haben wir jetzt hier. Jetzt haben wir hier 3,5 Tonnen insgesamt. Und der wiegt natürlich jetzt 1,6 Tonnen und hat 3,5 Kubik oder wie soll das heißen. Und schauen wir mal, dann nehmen wir mal eine andere Länge. Dann dürfen wir jetzt mal schauen. Jetzt haben wir 7, bin aber wo haben wir jetzt stehen die Länge. Muss ich mal selber mal kurz mal schauen. Ah, 6 Meter haben wir jetzt hier ausgewählt. Natürlich gibt es ja auch noch einen anderen Mod, wo man die Meta viel besser einteilen kann. Aber ich finde das ganz gut. Und dann kommen wir jetzt gleich hier mal hier testen. Sollte man jetzt denn normalerweise eigentlich das jetzt auch löschen können? Jetzt müssen wir mal hier schauen. Reset-Status Numpet geteilt. Oh, das ist meine Taste, wo ich jetzt das Programm... Also, ähm, wie soll ich sagen... Die Aufnahme stoppe. Kann ich jetzt leider nicht machen. Aber ich hoffe, euch hat hier das gefallen, das Video. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut es natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus. Grüß euch. Euer Franz. Grüß euch. Grüß euch.